Reisekoffer aus Aluminium sind meistens robuster als die klassischen Weich- oder Hartschalenkoffer. Egal wie hart der Transport oder auch die Reise insgesamt wird, den Inhalten von Aluminiumkoffern wird meistens nichts geschehen. In diesem Vergleich möchten wir uns drei unterschiedliche Aluminiumreisekoffer von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen genauer anschauen, so dass ihr ein passendes Modell für euch und eure Ansprüche finden könnt. Bleibt also bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen und schaut nach dem Video auch unbedingt mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir alle Modelle verlinkt, falls ihr zum Beispiel den tagesaktuellen Preis der Koffer erfahren oder euren Favoriten sofort bestellen wollt. Aus der Einsteigerklasse bekommt man den Aluminiumkoffer von Anisip. Dieses Modell ist in drei praktischen Größenvarianten vom Handgepäck bis hin zum XL-Reisekoffer erhältlich. Dieses Modell ist so günstig, da es allerdings nicht komplett aus Aluminium verarbeitet ist. Es handelt sich um einen stabilen Hartschalenkoffer mit Aluminiumrahmen. Durch diese Aluminiumrahmenkonstruktion, durch die vier runden Stoßstangenecken, wird ein zusätzlicher Schutz beim Transport gewährleistet. Durch dieses Design wird für eine starke Stabilität gesorgt und auch die härtesten Reisebedingungen können diesem Koffer damit nichts anhaben. Ausgestattet ist das Modell auch mit einer starken Innenraumaufteilung, einem TSA-Sicherheitsschloss, 360 Grad Transportrollen und auch einem ausziehbaren Teleskopgriff. Wie gesagt, kein Modell, welches komplett aus Aluminium besteht, aber welches eben diese Aluminiumverstärkung dabei hat und insgesamt auch eine sehr große Robustheit garantiert, beziehungsweise auch dafür sorgt, einen Aluminiumkoffer zu einem noch recht erschwinglichen Preis zu erhalten. Für wen das ausreichend ist, der kann sich zum AnySip-Modell jetzt gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung informieren und den AnySip-Koffer bei Interesse dort auch direkt bestellen. Kommen wir jetzt als nächstes aber wirklich zu einem klassischen Aluminiumreisekoffer und zwar wollen wir euch hier den Travel House Tokyo vorstellen. Der Travel House Tokyo kommt mit einem Hartschalen-Design aus eloxiertem Aluminium und zusätzlicher Aluminiumrahmenverstärkung. Er besteht aus zwei gleich großen Schalenhälften und besitzt zusätzlich herausnehmbare Packplatten mit Reißverschlussfach, welche groß genug sind, um Wäsche, Hemden und so weiter sauber zu verstauen. Packplatten können nach Bedarf auch herausgenommen werden, wodurch hier die Platzeinteilung sehr flexibel wird. Der Aluminium-Hartschalenkoffer von Travel House überzeugt trotzdem durch ein geringes Gewicht sowie viele nützliche Funktionen. Dabei hat das Modell ein TSA-Nummern- und Schnappschloss, einen bequemen Alu-Teleskop-Handgriff, welcher stufenlos ausziehbar ist, 360 Grad Leichtlaufrollen, die besonders lautlos und stabil sind, sowie wie gesagt eine hochwertige Innenraumaufteilung. Der Tokyo Aluminium-Trolley ist hochwertig verarbeitet, sehr robust, leicht und auch mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet. Zudem kann er in vier verschiedenen Größenvarianten, angefangen von einer 41 Liter Handgepäcksversion bis hin zu einem 110 Liter Reisekoffer, bestellt werden. Alles weitere zu diesem Modell aus der Mittelklasse über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes möchten wir euch den Alu-Reisekoffer Check-In XL von Gundel vorstellen. Der Gundel Check-In ist ein hochwertiger Aluminium-Reisekoffer, welcher zu 100% aus eloxiertem Aluminium besteht. Dadurch schützt er vor jeder Witterung und bietet einen umfangreichen Schutz, auch bei härteren Transport. Der Gundel Check-In XL bietet gerade bei ausgedehnten Reisen ein Maximum an Kapazität und Sicherheit. Die hochwertige Aluminiumverarbeitung des gesamten Modells garantiert in Kombination mit den genieteten Ecken eine besonders lange Lebensdauer und eine hohe Sicherheit für das Gepäck. Für ein besonders komfortables Reisen sorgen die 360-Grad-Zwillings-Leichtlaufrollen, die ausziehbare Teleskopstange mit Verriegelung und auch die Soft-Closed-Tragegriffe an Ober- und Längsseite mit zusätzlicher Absenkautomatik. Für eine zusätzliche Sicherheit sorgt ein TSA-Zahlenschloss mit eigener Zahlenkombination und auch ein organisierter Innenraum mit unterschiedlichen Gurten, Organisern und Schutzhüllen. Hier hat man unzählige Möglichkeiten bei der Aufteilung und Organisation verschiedener Reisegüter. Sowohl große als auch kleine Taschen, Gurte und Fächer sind hier an der Innenseite dabei, welche für eine gute Verstauung aller möglichen großen und auch kleinen Gegenstände sorgen. Der Check-In ist in unterschiedlichen Größen, angefangen von einem kleinen Handgepäcksstück bis hin zu einem großen 86 Liter XL-Koffer erhältlich und ist wahrscheinlich das hochwertigste Modell in diesem Vergleich. Wer auf der Suche nach einem sehr robusten Aluminium-Reisekoffer war, der kann sich jetzt mal beim Gundel-Check-In über den dritten Link in der Videobeschreibung umsehen, wo ihr auch den tagesaktuellen Preis, die Kundenbewertungen sowie weitere Herstellerinfos einsehen könnt. Seid ihr auf der Suche nach einem Aluminium-Handgepäckskoffer, werdet ihr auch dazu auf unserem Kanal fündig.